Die zu veräußernde Dreieinhalb-Zimmer-Mesonet-Wohnung befindet sich in Niedernhausen, Taunus. 1989 wurde das Wohnhaus erbaut. Das Objekt verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche, einen Keller und zwei Parkplätze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bei einer Wohnfläche von ca. 100 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Mesonet-Wohnung auf 239.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.